Herzlich Willkommen zu meinem neuen True Crime Channel. Heute geht es um den Fall Sophie N., ein sehr aktuelles Thema, weil gerade Stern TV auch ein Video dazu gemacht hat, was ich euch unten verlinken werde und auch eine RTL-Doku bei RTL Plus dazu erschienen ist, die ich mir auch angesehen habe. Von daher fand ich das so spannend, dass ich jetzt auch aktuell dazu berichten wollte, weil es ein Fall ist, wo man sieht, wie schnell Liebe zu Hass werden kann, als auch wie weit Stalking mittlerweile geht und wie wenig die Polizei zum Teil auch gegen Stalker unternehmen kann bzw. momentan noch unternimmt. Denn es ist wirklich für die Leute, die betroffen sind, ein enormes Problem und kann sehr, sehr böse enden, wie in diesem Fall. Und daher finde ich das sehr spannend, es hier auch mal zum Thema zu machen und wie gesagt, ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr RTL Plus haben solltet, euch die Doku anzugucken, 90 Minuten geht es dort um diesen Fall, der mich persönlich aufgewühlt hat, weil ich natürlich auch in den sozialen Netzwerken unterwegs bin und mir natürlich auch meine Gedanken mache, was kann man theoretisch über mich alles rausfinden und was nicht. Und ich denke, das geht hier vielen so, dass es für die meisten ein Albtraum ist, wenn man gestalkt wird, wenn private Dinge von einem plötzlich erschienen sind oder erscheinen und man vielleicht sogar angeschrieben wird und plötzlich irgendwelche privatesten Dinge überein erzählt werden, die man sonst eigentlich keinem Fremden so einfach sagen würde. Von daher, sehr, sehr spannendes Thema. Wie hat das Ganze angefangen? Es war 2017, wo Sophie N. in einem H&M-Geschäft gearbeitet hat und dort hat sie dann ihren späteren Mörder kennengelernt. ihren Stalker Patrick S., der über zehn Jahre älter als sie war, sich dann allerdings in sie relativ schnell wohl verliebt hat. Für sie war das allerdings eine Freundschaft. Das war für sie jetzt auch, glaube ich, nicht sofort klar, dass er solche Gefühle für sie gehegt hat. Man hat allerdings den Beitrag bei Stern TV dann auch gesehen oder auch mitbekommen, dass er sie zweimal in Spanien, als sie dort ein Praktikum gemacht hat, besucht hat. Und ich denke, wenn man einmal eine gute Freundin besucht, alles in Ordnung. Man kann natürlich auch als guter Freund mehrfach eine Frau besuchen, ja, auch gerade wenn es in Spanien ist und wenn man Spaß dran hat, ja, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich möchte jetzt niemanden hier zu nahe treten, aber man merkt, glaube ich, relativ schnell, ob jetzt ein Mann mehr möchte oder nicht, zumindest wenn er dann auch Berührung austauscht und Tatschi wird. So war das auch in dieser Doku dann, war davon die Rede. Und da merkt man, glaube ich, dann relativ schnell, wie schnell sowas dann halt auch in so eine gewisse Richtung gehen kann. Und er fühlte sich dann abgewiesen. Beim zweiten Treffen kam es dann zum Streit, als sie da nicht weiter darauf eingegangen ist und sich auch beschwert hat, dass sie das nicht möchte, dass er da so Tatschi wird. Und generell war dann das für sie dann auch erledigt. Und es war dann erst mal Ruhe. Erst mal, muss man sagen, allerdings ist 2017, wenn wir nochmal zurückspulen, schon ein Fehler von ihr, ja, passiert, der sehr, sehr bitter für sie geworden ist am Ende. Denn sie hat offen ihr Handy liegen lassen und ihr Passwort konnte er relativ schnell rausfinden. Und er kam dann so, als sie dann kurz weg war, auch dazu, relativ schnell auf ihr Handy Zugriff zu bekommen und konnte dort dann private Dinge schon mal erfahren, beziehungsweise sich einige Sachen schicken, die sehr unangenehm für sie werden sollten. Und das fing alles schon 2017 an. Also das war dann schon dort so eine Grenzüberschreitung, da bevor es eigentlich zu dieser, ja, zu dieser Situation in Spanien kam, wo er dann abgewiesen wurde. Also man hat schon relativ schnell bei ihm gemerkt, dass er Grenzen überschritten hat und dass er dort halt auch, ja, Dinge getan hat, die über eine normale Schwärmerei hinausgehen, um es mal freundlich auszudrücken. Und im Verlauf der ganzen Zeit ging es dann immer schlimmer zur Sache und es sind diese typischen Anrufe geschehen, ja, der meist natürlich auch unterdrückt. Das sind ja meist auch sehr feige Leute, die das machen, die dann immer wieder unterdrückt anrufen und auch generell, also ich gehe zum Beispiel nie an unterdrückte Nummern ran und generell, wenn mich jetzt zu oft unterdrückte Nummern anrufen würden, würde ich das auch, kann man auf dem Handy auch abstellen, dass man das sagt, dass man nur noch von Nummern, die auch ihre Nummer anzeigen, angerufen werden kann. Das kann man bei den meisten Telefonen, denke ich, einstellen. Da könnt ihr auch euch davor schützen, wenn ihr sowas miterlebt, vielleicht ein kleiner Ratschlag. Auf jeden Fall hat sie Anrufe bekommen, auch nachts natürlich immer häufiger Sturmklingeln. Das ist natürlich auch sehr beunruhigend, weil man dann weiß, okay, die Person ist dann an der Tür und das ging dann immer weiter und hat sich dann auch in eine Richtung entwickelt, die für sie sehr unangenehm wurde. Nicht nur, weil natürlich diese Anrufe oder dieser nächtliche Terror schlimm war, sondern weil es dann auch so weit ging, als sie dann umgezogen ist, dass sie dorthin verfolgt wurde, weil dieser Typ, Patrick S., es so weit gebracht hat, dass er sogar ihr persönlich eigentlich schon schaden wollte, indem er ihren Reifen zerstört hat, aber dort auch einen GPS-Peilsender installiert hat bei dieser Tat. Also er wollte ihr nicht nur dort schaden, dem merkt man ja vielleicht nicht immer sofort, dass der Reifen kaputt ist und dann losfährt und sich dann wundert und vielleicht gegen einen Baum fährt. Nein, es geht auch so weit, dass er auch Vorkehrungen getroffen hat, damit er sie weiterhin verfolgen kann. Und so hat er auch relativ schnell dann, als sie dann umgezogen ist nach Hannover, ja, ihre Adresse rausfinden können. Er hat sehr private Accounts gemacht bei Instagram, die dann auch sehr weit gingen, wo auch privateste, ja, Pornos und, 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 und Bilder, wo sie vermeintlich zu sehen war, gepostet wurden, die aber überhaupt nicht sie waren, ja, wo sie dann natürlich auch ganz schlimme Nachrichten von ihren Freunden bekommen hat, weil dieser Stalker dann auch die eigenen Freunde, das ist übrigens ein sehr typisches Vorgehen, dass dann halt diese Demütigen stattfinden soll, ja. Dann gibt es natürlich genug Leute, die sagen, okay, oh Gott, was macht sie denn da? Und die distanzieren sich vielleicht oder sind vielleicht nicht so gute Freunde und sprechen sie offen drauf an, was in ihrem Fall zum Glückwesen stattgefunden hat. Nein, es ging dann allerdings auch in so eine Richtung, wo man sagen muss, okay, als das dann zur Polizei ging, ja, wo ich mich sehr drüber aufgeregt hat, dann hat die Polizei nicht viel rausfinden können, ja. Man konnte nicht ermitteln, von welchen IP-Adressen diese Accounts gemacht wurden. Sicherlich, da gibt es Vorkehrungen, die man treffen kann. Allerdings sollte man, finde ich, als Polizei da schon mehr Möglichkeiten heutzutage haben. Man kann ja auch Profis engagieren oder generell vielleicht auch ein bisschen mehr hinterher sein. Ja, vielleicht hätte man, ja, darauf kommen können, weil es meistens im Umfeld der Person die Person gibt, die der Stalker ist. Ja, das kann ein Ex-Freund, eine Ex-Freundin oder generell irgendeine Person sein, die sich irgendwie gekränkt fühlt oder vielleicht auch einfach nur Langeweile hat. Das muss ja auch nicht immer so weit gehen, dass es dann im Mord endet. Allerdings ist hinter jedem Stalker auch vielleicht ein potenzieller Mörder vorhanden. Und das war auch gerade der Mutter in dieser Doku sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass man das halt auch öfters zum Thema macht. Und diese Instagram-Accounts waren schon mal, diese Fake-Accounts, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, dass man dort nicht viel machen konnte, dass das Verfahren eingestellt wurde und dass sie sich da auch alleingelassen gefühlt hat. Und das Ganze ist sehr, sehr gruselig. Also ihr könnt euch ja vorstellen, wenn dann irgendwelche Bilder von euch rumkursieren oder irgendwelche vermeintlichen Pornos oder andere privatesten Dinge von euch erzählt werden oder behauptet werden und das dann nicht stimmt, dann ist das natürlich sehr bitter, auch gerade wenn dann der ganze Freundeskreis das geschickt bekommt und dann solche Bilder über dich existieren und du dann in eine sehr unangenehme Lage kommst. Und das fand ich sehr schockierend. Und das zeigt uns halt auch wirklich sehr gut auf. Wir haben es auch bei der Serie You gesehen. Klar ist das jetzt nur eine fiktive Serie. Allerdings wird uns ja auch oft gezeigt, wie schnell man rein theoretisch durch die sozialen Netzwerke, durch gewisse Vorkehrungen, die man treffen kann oder Dinge, die man machen kann, Sachen rausfindet über Personen, die dann vielleicht auch unangenehm sein können. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter. Angefangen hat, wie gesagt, alles 2017 mit diesem Handy, was dort lag und er sich da Zugang zu verschaffen konnte, weil er an dieses Passwort relativ schnell kam. Und das ist natürlich dann auch so ein Problem. Also lasst euer Handy am besten nie bei fremden Leuten rumliegen oder generell schützt das, man weiß nie. Es gibt echt böse Menschen auch im eigenen Umfeld, die einem nicht immer irgendwie alles nur Positive wünschen. Ohne euch jetzt Paranoia machen zu wollen, finde ich das allerdings nochmal einen wichtigen Ratschlag. Wie ist das dann geendet? Sie hatte eine Abschlussfeier und sollte eigentlich nach Wien ziehen, um dort weiterzuarbeiten, hatte einen tollen Job als Flugbegleiterin und war eine glückliche junge Frau, die auch da sehr in ihrem Job aufgegangen ist. Und sie hat eine Abschiedsfeier in Hannover mit ihren Freunden gemacht und an diesem Tag wusste sie nichts davon, dass sich ihr Stalker bereits in der eigenen Wohnung aufgehalten hat. Und das fand ich dermaßen creepy. Der Typ lag dort 20 Stunden unter dem Bett nach eigenen Aussagen und hat dort, auch als sie dann nach Hause kam und dort geschlafen hat, beziehungsweise sich noch aufgehalten hat, eine Weile ausgeharrt, um die Tat vielleicht nochmal genauer zu planen. Als sie dann später ins Badezimmer bei sich ging, wurde sie dann von ihm abgestochen. Das ist absolut gruselig, wenn man sich vorstellt, man hat jetzt seinen Mörder über mehrere Stunden, ohne es zu merken, unterm Bett. Das ist ja wirklich wie im Horrorfilm und das ist wirklich dermaßen gruselig und krass, wo ich echt mich sehr zusammenreißen musste, auch bei der Doku, wo ich gesagt habe, wow, wie weit geht das? Wie weit geht auch ein Mensch, dass man da auch nicht merkt, dass man da sämtliche Grenzen überschritten hat, sich Zugang zu der Wohnung zu verschaffen und so. Wie genau er sich dann auch in diese Wohnung Zugang verschaffen hat, ist halt auch spannend. Das ist halt auch eine offene Frage, weil sie müsste ja eigentlich abgeschlossen haben. Sie hat allerdings in einer WG gewohnt zu dem Zeitpunkt. Die Freundin von ihr war allerdings nicht vor Ort zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hat er sich da irgendwie bei diesem Weg, das konnte ich jetzt noch nicht herausfinden, dann auch Zugang verschaffen. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr creepy und gruselig. Das muss man mal ganz offen sagen, aber heftig. Man muss allerdings sagen, er hat sich gestellt. Er hat sich gestellt, immerhin, man musste jetzt nicht ewig nach ihm suchen. Er hat sich gestellt und hat lebenslange Haft jetzt, aufgrund der Schwere auch dieser Situation. Und ich muss wirklich sagen, ich bin fassungslos gewesen, als ich diese ganze Doku und auch generell die ganze Situation rund um Sophie N. mitbekommen habe. Eine junge Frau mit 23 Jahren, die vollkommen unnötig aus dem Leben gerissen wurde, weil jemand mit seiner Abweisung generell nicht leben konnte und aus Liebe Hass wurde und er sich da rein gesteigert hat, um es freundlich auszudrücken. Und ich kann da wirklich keine Worte finden. Ich finde das ganz, ganz schrecklich und tragisch. Und ich finde, man sollte viel mehr auch zu dem Thema Stalking sagen und generell auch dort viel krassere Gesetze auf den Weg bringen. Weil, wie gesagt, das hätte so nicht enden müssen. Und vielleicht hätte man auch noch wachsamer sein müssen. Wer hätte es sein können? Man sollte sich da immer Gedanken machen, wenn einem sowas passiert, wer könnte das jetzt gewesen sein? Klar, mit sowas rechnet kein normaler Mensch. Aber man kann sich vielleicht dann irgendwie rausfiltern, okay, hast du vielleicht schon mal jemanden abgewiesen? Wer könnte sich gekränkt gefühlt haben? Wo hattest du vielleicht mal Streit? Das muss nicht immer, wie gesagt, ein Streit als Auslöser gewesen sein oder so eine Liebesromanze, die ja keine war. Und diese Abweisung, die er nicht vertragen hat, das kann auch natürlich Langeweile sein. Und dass sich Leute da reinsteigern und fiktive Persönlichkeiten erfinden. Ich sage nur Catfish und Co. Es gibt sehr gruselige Leute, die unterwegs sind und wo man sich echt hüten muss, aufzupassen und da auch sehr, sehr darauf achten sollte, dass man sich nicht mit den falschen Leuten bekannt macht. Auch wenn man es manchmal nicht verhindern kann, wenn man dann auf der Arbeitsschule oder wo auch immer dann seinen nächsten Stalker kennenlernt. Ein sehr spannendes Thema, was mich sehr anfasst. Ihr merkt das. Dennoch fand ich das so spannend, dass ich darüber sprechen wollte. gruselig das Ganze und ihr könnt ja mal unten reinschreiben, wie ihr diesen Fall gesehen habt. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ansonsten guckt auch in ein, zwei der letzten Videos rein. Vielleicht interessiert euch eines der letzten Videos. Es geht zum Beispiel um Persia X, ein aktuelleres Thema oder auch Geo-Verrieben. Ich habe aber auch Schatz, Manson und Co. hier schon zum Thema gemacht und möchte jetzt hier jede Woche mindestens ein Video bringen für die Zukunft. Und ja, ich hoffe, ihr habt vielleicht Spaß dran. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr Lust habt. Das soll es dann für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao. Willkommen zum Beispiel.